Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem ganz kurzen Infovideo für euch oder beziehungsweise ein Video, das ich jetzt gemacht habe, weil ich das häufiger gefragt wurde und damit ich nicht immer auf jede Frage dann antworten muss, hier einfach ein Video zu der ganzen Sache. Das Ding ist, bei vielen läuft Rome Total War 1 nicht mehr unter Windows 7, was viele verwundert hat, denn es ist bekannt, dass es Probleme unter Windows 10 mit Rome Total War 1 gibt. Allerdings ist es dann halt eben doch ein bisschen, ja, das hat dann für viel Verwirrung gesorgt, weil es bei Windows 7, wo es eigentlich vorher immer lief, nicht ging und auf einmal wird man aufgefordert, das Programm mit Administratorrechten zu starten. Wenn man das macht, bringt es aber auch nichts und so weiter und so fort. Der Grund dafür ist ein Windows Update KB3086255 und das hat einfach dazu geführt, dass viele verschiedene Spiele seit September 2015 unter Windows 7 nicht mehr funktionieren, denn de facto ist es so, dass man mit den aktuellen Windows 7 Patches schon Teile von Windows 10 auf seinem Rechner hat. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, das alles ausführlich zu erklären, aber bei diesem Patch jetzt speziell war der Grund, dass man einen Sicherheitsdienst, also in Anführungszeichen Sicherheitsdienst, der wohl als Kopierschutz für Videospiele dienen sollte, deaktiviert hat, der gilt als fehleranfällig und sollte nicht mehr laufen und weil der jetzt abgeschaltet wurde, haben viele Spieler das Problem, dass diese alten Games wie Rome Tod War 1 und so weiter eben nicht mehr laufen. Was das Update also hauptsächlich macht, ist, es deaktiviert einen Service namens SecDriveSys, also es wird anders geschrieben, ich buchstabiere das nochmal, secdrv.sys. Der wird deaktiviert und dadurch laufen dann eben einige Spiele nicht mehr. Was kann man jetzt machen? Nun ja, man kann diesen Service wieder reaktivieren, das funktioniert über die Verwaltung. Es gibt auch Leute, die haben schon Batch-Dateien geschrieben, die diesen Service wieder reaktivieren. Da müsstet ihr mal nachgoogeln. Ich persönlich habe mich dafür entschieden, Rome 1 dann nur noch über Steam zu spielen. Darüber funktioniert es bei mir und ich meine, ich glaube, ich habe es auch damals für 99 Cent im Sale oder so habe ich die Gold Edition gekauft. Also das hat mir jetzt auch nicht so wehgetan, auch wenn das natürlich blöd ist für viele Zocker, die einfach noch gerne ihre alten Spiele zocken wollen. Wie gesagt, bei Steam funktioniert es bei mir. Bei euch sollte es eigentlich auch funktionieren, wenn ihr eine ganz reguläre Kaufversion von Steam habt. Ich weiß nicht genau, wie das aussieht, wenn ihr dieses Spiel über Steam starten wollt. Da bin ich mir wiederum jetzt nicht ganz so sicher. Ich kann aber euch nur definitiv an der Stelle sagen, diesen alten Service wieder zu reaktivieren, birgt Sicherheitsrisiken für euren PC. Also müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr das wirklich machen wollt oder nicht. Aus diesem Grund habe ich auch hier jetzt keine Anleitung gemacht, wie man diesen SecDrive Assist wieder reaktiviert. Das müsst ihr dann euch selbst suchen. Ist jetzt auch nicht böse gemeint von mir, aber ich habe keine Lust, dass sich nachher halt dann jemand beschwert und sagt, ich habe das aber so gemacht wie du und jetzt auf einmal funktioniert mein Rechner nicht mehr. Wie gesagt, habe ich keine Lust drauf, um das von vornherein zu vermeiden. Würde ich euch empfehlen, dann einfach auf die entsprechende Steam-Version zu switchen. Damit sind viele bestimmt nicht einverstanden und den Unmut kann ich vollkommen verstehen. De facto ist, es ist ein alter Service. Er ist sicherheitsanfällig. Insofern eigentlich vielleicht nicht die schlechteste Variante, dass der Service deaktiviert wurde. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg, falls ihr versucht, das Spiel dann doch wieder auf diesem Wege über den reaktivierten Service wieder zum Laufen zu bekommen. Bis dahin alles Gute und Pax Vobiskum Valete. Bis dahin alles Gute. Bis dahin alles Gute. Vielen Dank.